Grüß euch, wir sind heute hier oben im Sonnigen Süden in Fiktring beim Musefinum. Wusstet ihr, dass wir in Klagenfurt Fiktring mit dem Musefinum ein sozialtherapeutisches Institut für 100 Kinder und Jugendliche haben? Es ist schön zu sehen, wie die Arbeit der Betreuer und Betreuerinnen Früchte trägt. Ich bin stolz, dass die Kärntner Sparkasse aus Mitteln ihrer Privatstiftung dieses Institut seit mehr als zehn Jahren aktiv regelmäßig unterstützt. Ich wünsche Ihnen aus Fiktring alles Gute. Euer Michael Schwan und das Team der Kärntner Sparkasse Fiktring.